Kann man machen. Aber zieht euch das hier rein. Und jetzt kommt noch das hier. Einfach ein 360-Winmill. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum zweiten Spielbericht für heute. Wir sprechen jetzt einmal über die Western Conference, denn da gab es auch ein Play-In-Game. Nämlich zwischen dem 10. Platz, den San Antonio Spurs, und dem 9. Platz, den New Orleans Pelicans, die gegeneinander gespielt haben. Der Gewinner spielt jetzt morgen oder übermorgen gegen die Los Angeles Clippers. Und wer dieses Spiel dann gewinnt, der geht an die 8 und muss dann in der ersten Runde leider gegen die Phoenix Suns spielen. Also eigentlich eine sehr undankbare Aufgabe. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass man überhaupt in die Playoffs kommt. Und dafür musste man eben dieses Spiel gewinnen. Spurs gegen Pelicans. Und ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Die Pelicans haben verdammt guten Basketball gespielt. Also ich finde, Greg Popovich hat es nach dem Spiel eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Er meinte nämlich, ey, wenn die drei Stars von der gegnerischen Mannschaft alle drei gut spielen, dann verlierst du in den meisten Fällen halt. Und genau das war eben der Fall. Also CJ McCollum komplett die erste Halbzeit dominiert. Brandon Ingram ein bisschen Foul-Trouble die ganze Zeit gehabt, hat dann aber in der Crunch-Time übernommen. Jonas Valanciunis die ganze Zeit präsent, hat ein starkes Double-Double. Genau, also ich wollte nochmal kurz die Zahlen nachgucken. 22 und 14 eben für Valanciunis. Brandon Ingram am Ende mit 27. McCollum sogar mit 32. Wenn man natürlich auch erwähnen sollte, sei mal Herb Jones und einmal Jose Alvarado. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die beiden Jungs auch sehr gut performt. Und vor allem das, was ich so gefordert hatte bei den Charlotte Hornets in dem Spielbericht von vorhin. Die Pelicans hatten richtig Bock, dieses Game zu gewinnen. Die waren natürlich auch in ihrer eigenen Halle, wurden so ein bisschen von den Fans auch getragen, klar. Aber man hat gesehen, da ist ein gewisser Kampfgeist da. Und die wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und die Spurs sind ja eine Mannschaft, die hast du nie wirklich besiegt, bis nicht am Ende des vierten Viertels der Buzzer soundet. Also das war wirklich so, dass die Pelicans eigentlich das ganze Spiel mehr oder weniger kontrolliert haben und immer eine ganz komfortable Führung hatten. Und dann, was passiert im vierten Viertel? Die Spurs gehen einfach auf einen 16 zu 1 Run innerhalb von wenigen Minuten, ich glaube so vier, fünf Minuten, kommen damit auf sechs Punkte wieder ran. Und dann passiert es, beziehungsweise trifft es sich gut, wenn du einen der besten Scorer in der NBA hast, nämlich in Brandon Ingram. Und wir schauen uns jetzt einmal diese finalen Minuten hier an aus der Perspektive von Brandon Ingram. Wir sehen hier ein Six-Point-Game, vier Minuten 40 noch zu spielen. Und ihr werdet sehen, dass Ingram hier einfach komplett übernimmt für die Pelicans eben in der Crunch-Time. Und genau das haben sie am Ende dann auch gebraucht. Und die Spurs waren hier einfach ein bisschen zu zaghaft. Auch das hatte dann Popovic kritisiert. Weiß ich jetzt nicht, weil ich finde eigentlich, dass die Refs sehr kleinlich gepfiffen haben. Deswegen verstehe ich, dass die Spurs nicht immer unbedingt hin sind. Aber wenn ihr euch das jetzt hier anguckt, also wirklich die wichtigen Buckets kommen halt alle von Brandon Ingram. Und er hat auch einen Monster-Dunk, den gucken wir uns gleich noch an. Wobei wir können es eigentlich auch gleich machen. Sorry für die schlechte Quali, ich habe gerade so spontan nichts anderes gefunden. Aber guckt euch einfach diesen Monster-Dunk hier an von Brandon Ingram. Der war noch in der ersten Halbzeit, aber war auf jeden Fall heftig. Ich musste dann, wie gesagt, auf die Bank im zweiten Viertel, weil er so ein bisschen Fall Trouble hatte. Aber das war schon sick. Und ja, ehrlicherweise, ich war jetzt nicht so invested bei diesem Spiel. Liegt einfach daran, dass ich weder bei den Clippers, die jetzt ja auf die Pelicans warten und die jetzt eben den achten Platz unter sich dann ausspielen, also Pelicans gegen Clippers. Ich glaube halt bei beiden Teams nicht so wirklich daran, zumindest von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, dass sie die Suns wirklich in irgendeiner Weise groß challengen können. Also vielleicht bei den Clippers, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, vielleicht lasse ich mich da ein bisschen drauf ein und sage, okay, vielleicht wird das sogar ein 4-1-4-2. Aber also bei den Pelicans sehe ich es halt gar nicht. Ist natürlich eine coole Erfahrung für sie. Sie haben viele junge Spieler. Es würde so ein bisschen den McCollum-Trade natürlich auch weiterhin, ich will jetzt nicht sagen rechtfertigen, aber wäre einfach ein schöner Abschluss für die Saison, wenn jetzt McCollum eben auch nochmal in den Playoffs spielen kann. Eine Serie gegen Devin Booker. Ich würde Brandon Ingram sehr, sehr gerne mal in den Playoffs sehen, aber ich glaube halt nicht, dass sie insgesamt groß was ausrichten können gegen die Phoenix Suns. Glaube ich übrigens, dass kein Team das wirklich kann in der Western Conference. Also ich habe die Suns ziemlich gelockt eigentlich als Finals-Favorit dieses Jahr, außer es sollten wieder Verletzungen auftreten, was leider gar nicht so unwahrscheinlich ist. Aber nochmal zu den Pelicans. Das Krasse bei denen ist ja, dass sie nach wie vor einfach auf ihn hier warten, auf Zion Williamson. Guckt euch mal an, was Zion einfach vor dem Spiel gemacht hat. Ihr habt es vielleicht schon das eine oder andere Mal jetzt auf Social Media gesehen. Also klar, ein bisschen Shooting so kann man machen, aber zieht euch das hier rein. Hier ist mal ein krasser Windmill aus dem Stand und jetzt kommt noch das hier. Einfach ein 360-Windmill und ich glaube, er hatte sogar noch einen davon. Also ich habe zumindest noch einen irgendwo vorhin auf Social Media gesehen. Das ist crazy. Also wenn man sich anguckt, wie gut die Pelicans jetzt eigentlich dieses Jahr gespielt haben, obwohl sie auch ihre Probleme hatten. Und jetzt denkt man sich, zu dem Team kommt dann nächstes Jahr Zion zurück, der ja in den Spielen, die er gemacht hat in der Saison vor einem Jahr, übertrieben gut gespielt hat. Also wirklich in All-Star-Form gespielt hat. Ich glaube, 60, 65 Prozent sowas aus dem Feld getroffen hat. Also wirklich, wirklich ein guter Spieler ist. Und wenn der jetzt zu dieser Mannschaft zurückkommt, wo eben McCollum ist, wo Brandon Ingram ist, wo Valanchunis ist, wo Jackson Hayes ist, wo Alvarado ist, wo eben diese ganzen Jungs sind. Wen habe ich vorhin noch genannt? Herb Jones, genau. Also das könnte schon ein ganz gutes Western Conference Team werden. Vor allem, weil wir gerade in der Western Conference nach den Top-Favoriten so ein ziemlich krasses Gefälle haben, wo es dann schon so ein, zwei Stufen runtergeht vom Talentlevel der anderen Mannschaften. Und da spricht meiner Meinung nach eigentlich nichts dagegen, dass die Pelicans da in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch wirklich angreifen können und sich da als ein Top-5, Top-6-Team vielleicht im Westen sogar positionieren. Ist jetzt alles so ein bisschen weit in die Zukunft gesprochen. Nochmal zum Game. Wirklich schade mit den Spurs. Ich bin eigentlich ein größerer Spurs-Fan, als dass ich Pelicans-Fan bin. Und ich habe mich vor allem geärgert über DeJonte Murray und Kelton Johnson. Wenn wir hier mal in den Boxscore reingehen, dann seht ihr das auch. Die anderen Spurs haben eigentlich alle ziemlich gut performt. Also egal, ob das ein Devin Vassell war, ob das ein Jakob Pötl war, ob das hier ein Lonnie Walker von der Bank war, ob das ein Josh Richardson von der Bank war. Also die haben eigentlich echt gut gespielt. Das Problem war einfach einmal Kelton Johnson und DeJonte Murray. Wenn man sich da die Quoten anguckt, 6 von 20, 5 von 19 bei Murray. Dreierlinie ging auch gar nichts. 1 von 5, 0 von 5. Das kann halt einfach nicht sein, dass deine zwei Top-Spieler nicht performen in so einem Game. Und man muss den Spurs echt Credit geben. Ich habe irgendwie so die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie im vierten Viertel nochmal wiederkommen, weil du besiegst so eine Mannschaft einfach nicht so. Also so ein Greg Popovich-geführtes Team, die klatschte nicht einfach so weg. Da war irgendwie klar, dass die nochmal kommen. Und der 16 zu 1 Run war auch wirklich beeindruckend. Aber sie haben es dann halt am Ende hergegeben. Und am Ende, muss man leider sagen, waren auch die finalen Würfe von den Spurs immer mal wieder DeJonte Murray, der einfach nichts getroffen hat. So bitter das leider ist. So einen Abend hat man mal. DeJonte ist auch noch mega jung. Und ich freue mich einfach über die Entwicklung, die er jetzt gezeigt hat in dieser Saison. Und es kann gerne so weitergehen. Und ich bleibe weiterhin großer Fan von ihm und insgesamt von diesem Spurs-Konstrukt. Aber es war ein bisschen schade, dass es halt hauptsächlich ehrlicherweise an ihm und an Kelton Johnson lag, dass sie halt dieses Spiel einfach nicht am Ende drehen konnten. Und es lag natürlich auch an Brandon Ingram, der für die Pelicans halt herausragend gespielt hat. Vor allem dann in der zweiten Halbzeit und eben in der Crunch-Time, wo es dann wirklich darauf ankam. Und ja, Mann, ich bin jetzt einfach sehr gespannt auf das Pelicans-Match-Up gegen die Clippers. Ich bin ehrlicherweise im Moment noch ein bisschen bei den Clippers. Also hat mir zwar gut gefallen, was die Pelicans da abgerissen haben. Aber ich bin in Gedanken einfach noch so ein bisschen bei den Clippers. Ich sehe deren Tiefe. Ich sehe deren Stars. Und da würde ich im Moment einfach eher mit ihnen gehen. Aber ey, ich lasse mich überraschen. Wird auf jeden Fall ein interessantes Game. Und der Gewinner in Anführungszeichen darf dann bzw. muss dann gegen die Phoenix Suns spielen und eben gleich in der ersten Runde wieder ausscheiden. Aber so ist es in den Playoffs. Und ich bin froh, dass wir überhaupt das Play-In-Format haben und dass wir die Jungs überhaupt in so einem Duo-Dice-Szenario sehen, weil das einfach Bock macht für uns Fans. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.